Musik Ich bin Fabian von Kangaroo Entertainment und in der deutschsprachigen Ersterführung von The Trail to Oregon spiele ich den Vater. Hallo Pioniere! Wusstet ihr, dass in den 1840ern Leute aus allen Schichten ihre Heimat verließen und sich auf den Weg nach Oregon machten? Egal ob sie nun Bäcker, Schreiner oder Farmer waren. Alle drei Arten von Menschen. Das war Amerikas ursprüngliche Cross-Country-Road-Trip. Und heute, meine lieben Pioniere, hat euch das Oregon-Fieber gepackt. Es wird Zeit für euch, eure Familie auf den Weg zu schicken. The Trail to Oregon vom 17. bis 22. November im Brick 5. Jetzt Tickets sichern! Hi, ich bin Fabian. Hallo, ich bin Fabian. Ich mach's nochmal. Vom 17. bis 23. Nein, ich bin 23. Wir würden gerne bis zum 23. Aber... The Trail to Oregon... Das ist ein super Stück. Halt euch jetzt die Tickets. Los! Und für meine Schweizer Freunde vom 17. bis 22. November im Brick 5 in Wien. Halt euch jetzt Tickets. Ich würde mich freuen. Wo wir einfach über das die Ticket sehen, Untertitelung. BR 2018